einen wunderschönen guten morgen aus berlin naja so richtig morgen ist es nicht aber egal es ist 10 21 heute ist samstag der 9 4 2022 ich bin heute das erste mal um 7 uhr wach gewesen aus einer gewohnheit heraus wahrscheinlich welche unter der woche jetzt auch immer in letzter zeit so um sieben uhr langsam zu mir komme habe mich dann aber noch mal rumgedreht und noch mal eine stunde geschlafen anderthalb und halb neun bin ich gestanden oder besser gesagt wach gewesen aus dem bett gerollt bin ich dann um neun dann war ich im bad und jetzt sitzen wir hier und nehmen täglichen blog auf und dann gehe ich noch einkaufen und dann geht um zwölfter stream los ja ja gestern war ein schöner tag die arbeit war gut der tag vergehen wie im flug war viel zu tun bis 15 uhr 15 habe ich gestern gemacht obwohl ich eigentlich um zwei schon abhauen wollte naja unser vorhaben gemeinsam die brock zu spielen ist leider nicht in die tat umgesetzt würden mal gucken ob das vielleicht heute irgendwas wird das wäre wie ich die ganze zeit meine frisur schon wieder am rumschieben bin ich würde mich auf jeden fall freuen ist unser plan b nachdem plan a gestern ausgefallen ist weil jermaine halt arbeiten muss was willst du machen kannst nicht ändern jetzt war gestern abend auch wieder und es bestimmt obwohl wir haben es halb elf er könnte schon langsam auf dem weg nach hause sein vielleicht ja ich habe gestern im büro jemand von der senatsverwaltung eine unserer anwendung vorgestellt das war höchst spannend hat spaß gemacht ich war ein bisschen aufgericht aber dann super cool und voll voll souverän und also das hätte eigentlich fast nicht besser laufen können ja und dann habe ich noch ein paar sachen erledigt habe mit meiner chefin gesprochen die sind ein paar tage im urlaub ostern rum sind einige weg und dann habe ich noch ein bisschen fortnight dailies gemacht und dann habe ich am rechner rumgeschraubt im wohnzimmer rumgeschraubt im wohnzimmer steht ja mein alter rechner also das alte gehäuse mit der ganzen hardware die ausreicht um den rechner zu betreiben da ist keine grafikkarte drin braucht es aber auch nicht also ist ein hdmi an ausgang und anschluss wie auch immer und man kann sozusagen die grundlegenden sachen auch über die on board grafik lösen und unter anderem auch filme gucken und wenn ich jetzt mit arni und frau ling und dem buff filme gucke dann sitze ich ja meistens hier am rechner in meinem stuhl und habe den kopfhörer auf und da habe ich überlegt du hast jetzt einen zweiten pc im wohnzimmer den kannst du doch an den fernseher anschließen dann kopfhörerin discord darauf anmachen und dann kannst du sogar die links anklicken weil ich habe ein zweimal vom fernseher aus mitgeguckt da muss ich dann selber play drücken da geht die watch party irgendwie nicht schafft apple tv nicht oder die apps keine ahnung naja und dann fiel mir aber auf der lüfter der macht ja schon krach da ist oben lüfter drin erzählt die luft rein nie raus der pustet die nach oben raus nach hinten raus und der oben macht ja einen schönen randale und dann habe ich eine software runtergeladen und dann geguckt wie kann ich diesen ansteuern und nämlich immer gewundert warum das nicht geht das funktioniert nicht und dann habe ich gestern mal den rechner aufgemacht und habe mir aufs mainboard geguckt habe mir das handbuch genommen völlig bekloppt eigentlich und geguckt da steht ja immer fan control 1 2 was auch immer und in fan control 1 und 2 ist der lüfter gar nicht drin der kriegt einfach nur strom läuft auf volle power und das war es das heißt die kabelage die müsste man noch ändern dass man sozusagen auf dem mainboard die jeweiligen lüfter an die einzelnen controller ansteckt um die dann gesondert ansprechen zu können vielleicht nur auf halbe leistung laufen zu lassen ja da ich aber den kabel baum nicht aufreißen wollte und auch nicht wüsste ob das danach noch funktioniert so wie ich das wollte habe ich nur eins gemacht ich habe den oberen lüfter ausgezogen also kein strom mehr zugeführt und das war ein akt ich habe dann geguckt sind das die kabel für den strom wo sind die denn dann bin ich einen lüfter ran habe das kabel verfolgt habe den rechner komplett aufgemacht auf beiden seiten und irgendwann habe ich dann so eine steckverbindung gefunden und dachte mir so dass die doch sein oder habt ihr rausgezubbelt rechner an lüfter hinten läuft noch oben bleibt aus keine wie soll man sagen kein senkrecht starter mehr im wohnzimmer ja dann haben wir gestern film geguckt world beyond von 2015 mit george clooney so ein disney film der war echt schön ich erinnere mich daran dass ich den schon mal gesehen habe und ich fand den sehr angenehm hatte dann ein headset auf und der film lief über dem rechner über den rechner discord lief über den rechner ich habe ein headset wo wenn ich hochklappe dann mikro aus ist das heißt wenn ich mal niesen husten husten forzen was auch immer muss mache ich das mikro hoch und dann mal runter und das war schön das lief wunderbar und dann haben wir gestern abend noch ein bisschen ets gespielt ich glaube von halb neun bis um zehn halb um zehn irgendwas in dem dreh ja das war gut das hat spaß gemacht und ja dann bin ich noch auf die couch und habe noch die aktuelle folge pikar geguckt muss leider sagen die zweite staffel dritte welche ist denn das naja zumindest nicht die erste die aktuelle staffel ist leider nicht mehr so geil ne also ist schon cool gemacht und schöne elemente die man vielleicht von früher auch kennt aber so von der geschichte her geht so ich bin unterhalten und das reicht mehr in vielen fällen aus ja und danach habe ich noch eine folge von slow horses geguckt eine apple tv plus serie sechs folgen nur britische produktion oder spät zumindest in großbritannien mit dem mi5 und so nah naja einrichtung die die gescheiterten fälle des mmi5 sozusagen auffängt und ja die ist auch echt gut naja und heute will ich die aktuelle folge noch von wie wie failed gucken wie work ist das ja ja und dann wird gestreamt und dann heute nachmittag mit viel glück geht es in die minen das wäre großartig gut wo sind wir jetzt gucke mal auf die zeit auch sechseinhalb minuten das geht ja noch das habe ich schon länger geschafft ja nächstes wochen geht es nach rügen da freue ich mich schon zwei drei tage die mama sehen na zweieinhalb nicht ganz und ja das ist es von mir habe ich sonst irgendwas kamerlund habe ich erzählt ich glaube nicht wie gesagt ich war gestern im büro schicket hemd angezogen damit man natürlich entsprechend auch wirkt ich noch einkaufen bei der post zwei nilpferde habe ich gestern verschickt die müssten dann anfang nächster woche in ihren zieldestination ankommen das ist es von mir ich würde sagen habt ein wunderschönes wochenende kommt gut durch den samstag macht was tolles wenn ihr zeit und lust habt kommt nachher gerne bei twitch vorbei zwischen zwölf und 15 vielleicht noch ein bisschen länger je nachdem wann sich dann doch organ meldet weil er muss ja auch ein bisschen wenn er die ganze nacht durchgewirkt hat aber wir schauen mal bleibt gesund lasst euch nicht ärgern und sorry noch mal für die 59 gestern und nicht die folgen minuten